Ich habe mich entschieden, hier in der Berner Fachhochschule das Bauingenieurstudium zu machen, weil ich eigentlich schon relativ gut gewusst habe, was die Aufgaben von einem Bauingenieur sein werden. Der Inhalt der Bauingenieurausbildung ist eigentlich sehr fundiert, sehr breit würde ich jetzt mal sagen. Es hat mir sehr gut gefallen, als ich Sachen gelernt habe, die ich genau gewusst habe, dass ich sie brauchen werde. Ich kann allen sehr empfehlen, das Bauingenieurstudium an der Berner Fachhochschule zu machen, weil man sich für später vertiefen kann und niemand neu anfangen muss. Man bekommt von überall etwas mit und ist dabei eigentlich. Nach diesen drei Jahren Bachelorstudium habe ich jetzt ein Jahr in der F&D gearbeitet, Naturereignis Geotechnik und wir haben dort diverse Sachen in den Bereich Mikropefehl vor allem und Lawinenverbau. Jetzt ab September startet das Masterstudium, der neue Studiengang Master of Science in Engineering. Vom neuen Masterstudiengang erwarte ich, dass sich meine Kenntnisse in Gefahrenbeurteilung gerade im Bereich Naturgefahren, den ich sehr gerne arbeiten würde, vertiefen. Moment. Ja? Ja. Ja. Vielen Dank.